Ich denke an die Thumbnails immer noch, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Manifin Engineers hier bei MicroHalt.TV zusammen mit dem Eiswagern. Hallo denn! Ja, ja, Thumbnail hab ich gemacht, Eis. Ok. Ja. Ah, jetzt muss ich mal den Ofen wieder aufbauen, den hab ich eigentlich nicht abgerissen. Äh, im Moment, ich müsste aber noch einen haben, glaub ich, ne? Hopp ich auch mal. Äh, ne, ich hab glaub ich keinen mehr. Schade. Woll ich neu bauen. Ego. Da war noch was drin gewesen. In der Mühle. Hm, was denn? Ach, das. Der Einsatz, der... Na, ich vergessen rauszunehmen. Ach so. So. Ey, wenn das so schnell gegangen wäre, die Mühle aufzubauen, weißt du? Um diese abzubauen, ne? Ja. Weil jetzt ist es schon raus, Heiko. Ja. Jetzt ist es schon abgebaut. Ich guck mal. Äh, ich hab echt nicht mehr drin. Hä? Nee. Ruf mal, ich hab da nicht mehr mit. Schade eigentlich. Ah doch, da oben ist er. Einmal hab ich ihn doch noch. Okay. Gut, dann kann ich wieder rein. So. Dann kann ich wieder rein. So. Dann wird's mal schöner drunter, damit auch alles abfackelt hier. Ach quatsch. So. Mühle komplett rausgerissen. Mhm. Mhm. Und man kann das trotzdem so wie so eine Art Bauernhaus stehen lassen trotzdem noch irgendwie, weißt du? Das war ein bisschen groß im Bauernhaus. Ich will auch mal ein bisschen Brennstoff. Ja. Ich muss jetzt Linz Oil herstellen, sich mal. Ich hab ja, ich hab sogar einmal Linz Oil irgendwo herbekommen. Ich hab's ja gar nicht einmal im Inventar, das ist ich gerade. Hm. Ach, ich hab das Mühlrad gar nicht, ähm, äh, so abgenommen. Ich hab das einfach zerlegt mit dem Hammer, ne? Das ist ja ein Bauobjekt. Ja. Was du so ransetzt, glaub ich einfach, ne? Das ist ja kein Block, oder? Doch, es ist ein Block. Ich weiß nicht, du hast es gemacht. Ne, doch, es ist ein Block. Doch. Also, irgendwann hab ich Linz Oil einmal wiederbekommen, auf jeden Fall. So. 53. 53. Aber ich brauch die Krüge diesmal wenigstens nicht machen, weil die Krüge hab ich bekommen. Ich hab hier neun Krüge. Fünfmal kann ich machen. Ich kann dir auch sagen, ich werde gleich alle neun Krüge auch gleich mit Linz Oil füllen. So, direkt weiterverarbeiten. Neun Krüge heißt, ich muss aus 18 Mal mal nicht machen, oder? Direkt weiterverarbeiten. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hat er mich schnell genug genommen. 4, 1, 2, 3, 4, 5 fehlen. So. Aber ich kann ja auch fünf Pflug machen. So. Und der Rest dieser Flachs kann ich wieder ins Regal zurück. Sagen wir mal. Ja. So. Mit Teilteile brauche ich, oder? Heiko, Süster? Ja, ich hab jetzt gleich 100 Stück. Na, ich hab jetzt auch ein paar bekommen, gerade noch mal. Oh, ich hab noch schöne sechs Bronzebarren, wirst du? Die lassen uns ja schön für... Bronze? Hm. Ich weiß noch nicht. Wozu brauche ich denn sonst noch Bronze? Ich mach da eh alles aus Stahl sonst. Na gut, stimmt. Mach Werkzeuge alles aus Stahl. Aha. So. Na, dann macht man hier gleich sechs Mal. Ich hab jetzt einfach Metallteile. Also sollte erstmal ein bisschen reichen. Oder? Jo. Ich halte mich gleich 60 Mal Metallteile wieder. So. Ich denke jetzt kann ich erstmal wieder hochlaufen. Brauche ich noch irgendwas? Von hier unten jetzt? Das ist wo ich mitnehmen muss. Ich weiß noch nicht. Ich hab noch Steine. Ich hab noch Steine unten drin, sehe ich gerade. So. Und noch ein volles Lager mit kleinen Steinen. Na, nehmen wir gleich mit. Okay. Nur mit den. Verwalten. Die Reihe ist auch fertig. Einmal drum herum. So. Verwalten nehmen wir auch mit. Wenn wir noch eurer verbrauchen. Davon brauche ich erstmal nix. Davon auch nicht. Also meine Schaufel wollte ich noch wieder reparieren. Die ist ja eh immer gut im Eimer. Mhm. Ich hab auf jeden Fall noch ein Lagerhaus brauchen, ey. Okay. So. Schmelzt sie mal wieder ein, bitte. Dann kann ich gleich einmal Linst Euler für benutzen, siehst du. Ja. 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 So. Wie mach ich das jetzt? Darum ist die Tür offen. So. Zwei Stahl. Drei Reihen hab ich's groß. Eigentlich hab ich jetzt genau die Hälfte geschafft, von dem, was ich haben möchte. Links. Oil. Und. Zinder. Dann bleibt das größte Gebäude hier. So. Da sollte es zumindest. Hoffe ich mal. So. Neue Schaufel. Hast du eigentlich schon eine Idee, wie du das mit dem Dach machen möchtest von Berfried? Den mach ich flach oben einfach. Ja. Hab ich ja auch vor. Aber äh. So ein flaches Dach gibt das nicht, ne? So ein dünnes. Du musst ja schon glaub ich die festen Blöcke nehmen. Ja. Ich werd die Fläche äh viel mit ähm mit Holz oben auslegen einfach. Also ich werd größtenteils zwar Steinen drunter haben. Ja. Aufgrund meiner Bauweise. Aber ähm einen Streifen, ich werd natürlich nicht verraten welcher, aber einen Streifen äh da ist kein Stein drunter. Es ist einfach nur diese Holzplanken. Okay. Weil ich aufgrund der Breite von neuen Blöcken das in der Mitte nicht richtig zukriege. Ha. Jetzt fällt mir ein was ich eigentlich machen wollte, diese, 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 diese Session hier. Was denn? Ich wollt ne Schatzkarte machen und die verfolgen. Ach stimmt. Das mach ich jetzt. Ha. Jetzt hier unten fast alles ablagern irgendwo jetzt, was ich habe. Und diese Filmmitschleppe, falls ich sterben sollte. Weißt du? Aber man weiß ja nie, was einen da erwartet. Wir haben uns ja bisher noch nicht gemacht. Genau. In jedem Fall Waffen mitnehmen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Oh, die Frage, welche von denen mach ich zuerst? Hm. Ist auch zufällig übrigens, ob du diese Statue bekommst, den Bauplan dafür ist zufällig. Ja. Okay. Okay. Das spielt doch keine Rolle, ob du da welche Karte du glaub ich nimmst. Hm. Na gut. Ah. Ich denke, wie ich jetzt weiter baue. Ich will meine steinsten Steine erstmal wieder ablagern. Hm. So, im Steinlager ist voll, ist ja blöd. Noch Baumstämme dabei? Nein, aber ich habe noch Balken. Balken und Planken. Da oben mach ich gleich ein Geländer drauf. Einfach ein Geländer dran, dann solltest du sie auch voll halten. Glaubst du ja nicht, wie viele Balken man plötzlich hat, Heiko? Ja. Ja. Wenn man hier mal eben schnell, äh, eine ganze Mühle abbaut. Hm. So, dann werden wir erst nochmal. Das Linzt Eul noch einen Auftrag geben her. Ach komm, ich hab kein Geländer. Ah, äh, ein bisschen die Treffengeländer, ich will den mal einen Zaun haben, ja. So. 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 Also ich kann alle drei Karten machen. Ich hab jedes Teil wenigstens dreimal. Weil ich glaub, ich hab sogar alle drei Karten, oder? Na, ich hab's noch nicht gemacht, die Karten selber jetzt. Ah, ich hab zwei Karten. Oh, ich hab die Karten Teile da, ich kann also alle drei Karten machen mit den Teilen, die ich habe. Von daher passt das. Ja, ich hab auch jede Karten, ich kann mir jetzt noch die letzte machen, aber. Mal gucken, Scrap Treasure Map, die Scrap Treasure Map habe ich. Ja, ich will jetzt gucken, dass ich aber so ein bisschen Sachen noch ablege, was so. Trayers, Trayers. Ich will so wenig wie möglich rumschleppen jetzt da. Trayers, die Joneys. Mach ich mir die halt auch noch die letzte, da hab ich wenigstens alle drei. So. Ich will nicht so viel rumschleppen halt. Hm. Ich hab alle Karten. Gut. Okay. Ja, ich lager gerade ab hier, dass ich nicht so viel mit mir rumschleppe. Ja. Ja. So. Das Geländer dran. Ach so, ich kann keinen Salat machen, weil ich die Wurzeln alle weggelegt habe. Ja, ich hab alle Karten, da hab ich das schon gewundert. So, Tür auf der Zuneigung, haben wir auch mal Askeländer fünf, da haben wir zwei Mann einen Platz machen. Noch bis was zu essen bei, hab. Ja, werden wir sie, wenn ich sage, obwohl man findet immer wie was. Ja, aber trotzdem. Ich will jetzt Anfang groß zu suchen. Ja. Ja. Das habe ich eigentlich ziemlich fast alles irgendwo in irgendwelche Kisten, die ich gerade noch frei hatte, Platz hatte, verteilt. Okay. Das können wir auch noch ablegen, das können wir auch noch ablegen. Irgendwie gefällt mir die Lösung nicht, wie ich es mit Treppen gemacht habe. Ich glaube, die Schaufel nehme ich auch nicht mit. Die eine Spitzhacke nehme ich nicht mit. Das geht, glaube ich, eigentlich schöner. Den Hammer werde ich, glaube ich, auch nicht brauchen, obwohl... Na doch, vielleicht. Weil da kann man meistens auch irgendwelche Sachen noch abbauen, weißt du? Wenn da irgendwie ein Stück Festung noch ist, kann man das Stück Festung ja mit abbauen, weißt du? Ja, ich zerleg mal immer die drei Werkzeuge, weil die so gut wie am Ende sind. Aber den Flug werde ich, glaube ich, nicht brauchen, den Handflug. Die Axt. Okay, lassen wir mal so, was wir jetzt haben hier. Dann zerlegen wir auch nochmal. Dann zerlegen wir. Ich nehme jetzt die Axt mit. Äh, eine Armbrust. Das Schwert nehme ich natürlich auch noch mit, das Schwert. Ja. Schwert nehme ich mir noch mit. War eben so ein bisschen was zerlegen. Ich habe allerdings kein Schild, aber ein Stahlschwert wenigstens. Ja. So, Stahlschwert schon mal mit reinnehmen. Jetzt wählen wir noch die Stahlarmbrust hier, ja. So, jetzt müssen wir erst mal alle drei Karten zusammensetzen. Ich hätte gerne einmal die Journeyman's Treasure Map, die Scribes Treasure Map und die Traders Treasure Map. Was ich alle drei bitte habe. So. Und daraus muss ich jetzt hier neue Waffen schmieden. Okay. Equip this map to crack down the location and find that what was hidden. Okay, rechts sitzen. Also ich muss die dann einfach ausrüsten quasi. Okay. So. Jetzt kann ich die anderen wieder ablegen. Jetzt habe ich nur noch Teil 1 und Teil 2 von den vier Karten teilen. Ich nehme jetzt alle drei Karten mit. Ja, mach das. So. 1, 2, 3. So. Karte 7 hätte ich gerne. Gut. So. Jetzt wird der bespringen. Wie ich hier erst den Denksamkeit kriege, weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir rausfinden, wie man das findet. Ah, ne, ist kein Fenster noch da, aber da sind Fenster. Ja, ich muss jetzt wissen, wie sie die Karte richtig liest, ne? Ich weiß ja nicht, wie das geht, weißt du, du hast nö. Nö. Ich habe es, glaube ich, schon längst gemacht. Ich kann es mir auch mal eben angucken. Welch hast du gerade? Ich habe es mir gesagt, dass du musst, um zu den Königreich von Pharyon zu traveln. Also ich muss nach Pharyon zu traveln, sagt er erst mal. Es ist ein bisschen nach dem Südwesten. Es ist ein bisschen nach dem Südwesten. Stimmt, sagt er mir auch. Es ist ein bisschen in der Zeit. Also irgendwas ist in Sicht. Es ist ein bisschen nach dem Südwesten. Okay, dann gehen wir nach dem Südwesten. Ich denke, die Karte hast du jetzt genommen? Ähm, ich habe jetzt die, äh, Journeymans. Ich habe Scribes. Soll ich auch einfach mal aus dem Südwesten laufen und gucken, was passiert? Nein, jetzt wird es zum selben Laufenden. Ja. Obwohl beide die unterschiedliche Karte haben. Die anderen beiden mal kurz wegpacken, dass ich nur die einen jetzt in der Hand habe zumindest. Hier steht da, according to the map, you will have to travel to the kingdom of Pharyon. Wo, äh, sagt er jetzt in dem kleinen Text, der in irgendeinem Bildschirm steht oder was? Mhm. Wir sind aber aktuell in, wo sind wir denn überhaupt? Äh, wir sind in, äh, Levos. Levos. Pharyon, wo ist denn das? Aber Pharyon ist nicht Südwestrichtung. Pharyon ist andere Richtung. Hm. Ich habe zu travel to Pharyon. Okay, dann will ich jetzt nach Pharyon traveln. Warte mal, ich treffe einfach mal so weit, wie ich für eine Schnellreise komme. Bis dahin. So, jetzt bin ich in Pharyon. Pharyon wäre Osten bei mir. Ja, genau, deswegen. Also irgendwie wechselt dieser Text bei mir irgendwie immer hin und her hier. Ja, keine Ahnung. You are, warte mal. You are at most half a kingdom away from the maps location. It's locally in the north. You are at most half a kingdom. Du bist ein halbes Königreich entfernt von der maps location. Hm, ich soll ich zum Norden laufen. Okay. Bezug auf die Insel North. Ich will, wenn wir was essen, weil ich habe ja gerade hier Schnellreise gemacht. Dann gehen wir aber nach Norden. Nach Norden ist ein Felsen hier so ein Berg. Nach Norden hier gerade. Okay. Ja. Mal gucken, wie das ist mit dem Finden hier. Ich kann aber mal währenddessen, wenn ich dann ein paar Beeren vorbeilauchwesen die Beeren einsammeln. Ja. Damit ich mir noch weitere, weitere Essen machen kann. Also nicht wie lange ich unterwegs bin. Nee, das weißt du nicht. Ja. So, hier hoch. Ich habe ja im Hintergrund schon mal ein paar Salate-Craften. Drei Stück. Ja. Oh, das ist fertig. Dann. Einmal gerade die nächste Etage bei mir drauf. Hm. So, aber diese Folge ist auch vorbei. Das heißt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da, wenn ihr es euch getan habt. Und dann sehen wir uns alle morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir uns tschau. Tschüss. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.